Was geht ab? Daniel hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Among Us mit einem großartigen Team. Unter anderem dem Rollo Royal. Ein wunderschön. Brille 591. Hello there. Der Ayana. Lauryal. Hi. Dem der Daniel. Der Frau Retro. Rüsli Müsli. Dem Nerdcrime. Boobie Boo. Franky. Yeah. Retro Let's Play. Malzoll. Dem Sharky. Kuss, kuss, kuss. Und Algorithmus Pfirsich. Hallöchen. Links unten in der Videobeschreibung. Und während wir starten, checkt die drei mal aus. Let's go. Kasperệu. Kuss, kuss. 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 Kuss, kuss. Da hat der Daniel einfach vor unseren Augen getötet. Einfach so. Nauri, Nauri, Nauri. Man lässt immer erst den Reden der Reporter. Fülle die Anschuldigung hier direkt. Nauri, Nauri. Was heißt denn vor unseren? Sie hat so einen Sprung gemacht und hat dann... Ayana war auch noch in dem Gang. Zum Beispiel. Hast du Nauri gesehen? Ich habe... Es ging ja der Alarm los. Ja, doch, doch, genau. Er wurde oben zu dem Feld gelaufen. Du hast gesehen, dass ich... Und Daniel kam vorne aus Navigation raus und hat Brille dort geschnetzelt. Ich war vorne mit Brille in Navigation, bin zurückgelaufen, weil der Alarm losgegangen ist und dann hat Nauri so einen Satz gemacht. Nee, das war auch nicht. Nauri hatte dafür keine Zeit. Die war close hinter mir. Sie hat gesehen, dass ich die Aufgabe machen wollte und ist dann direkt zurückgegangen. Ich hatte auch keine Zeit, das war Alarm. Du hast getötet, mein Schatz. Vor unseren Augen. Das wäre ja auch sau doof. Ah ja. Deswegen glaube ich eher... Also ich glaube Nauri, tatsächlich. Ich bin für Skip, wenn es unsicher ist, aber ich habe Nauri eigentlich gesehen. Ich bin... Ich glaube Nauri. Also eigentlich ist es ein Fifty-Fifty-Ding, oder? Nauri hat mich gesehen, ich habe Nauri gesehen. Also die Runde und dann wird Nauri danach. Oha! Das war auch viele Augenzeugen. Wenn ich mich danach raushauen, dann kann ich als Geist schneller meine Tasks machen. Also Nauri war close hinter mir. Ich glaube nicht, dass sie so war. Hmm... Musik Wo seid ihr alle gerade so? Ich bin in der Electric Ich bin in Security Ich war mit Nerdy in, wie heißt das, Admin? Office, Admin, Admin, ja Kann ich bestätigen, ja Ich bin in der Neutro zwischen Opfer und Neutro Ich habe gesagt, ich stehe genau vor Electrical, weil ich eigentlich gerade zum Licht wollte Da stehe ich gerade tatsächlich am Licht Bin gerade Electrical an den Dings rangegangen Wo ist die Leiche gefunden worden? In Navigation Okay, ich bin auch Okay, ja gut, ich bin Das war auch Retro Ich bin in Electric Ne, eine Frage Warum hast du in der ersten Runde auf Nauri gevotet? Weil ich ehrlich gesagt kurz verwirrt war Und dann hieß es, ja, ist eigentlich sicher, dass es Nauri ist Darauf habe ich einmal kurz vertraut Und dann habe ich nochmal nachgedacht Und dann war ich dumm Okay Ich dachte mir, ich skippe einmal nicht Weil bis jetzt habe ich immer geskippt Okay Sorry übrigens Wenn es daneben war Na, die war bei mir in Atman Ja, also ich habe Ich habe Daniel seinen Ich habe Daniel schon der ersten Runde nicht geglaubt Aber ich bin mir jetzt eigentlich recht sicher, dass Nauri es auf keinen Fall sein kann Weil wir standen eben im Dunkeln nebeneinander Und das wäre eigentlich die perfekte Möglichkeit zum Killen gewesen Ohne dass jemand mitkriegt Okay, Nauri ist es safe Also ich weiß, als da die Tasks sabotiert waren Da waren ganz, ganz viele Leute unten bei dem Ding, wo man das scheinbar reparieren kann War da Royal noch dabei? Darauf habe ich nicht geachtet Ich weiß, Nerdy kam von Navigation, als das war Und hat Shields gemacht Ja, ja Und hat Shields gemacht Also der war schon mal safe nicht dabei Und es waren vier oder fünf Leute Also ich war dort Ich habe das auch gemacht Aber Ich weiß nicht mehr Andere Frage Andere Frage Ist danach einer direkt nach Navigations gegangen? Wir sind Also ich bin dann nach Admin gegangen Genau Und ich bin ja auch ich Also ich kam ja von Navigations Aber bin dann Richtung Admin weiter Mach mal es ganz dazu Wer war jetzt alles Elektriker? Frau Rethro? Ja, und es klettert gerade voll rein Ich habe keinen Bock zu putzen Was war die Frage? Wer Elektriker jetzt? Ja, sie ist Elektriker Ich war bei Elektriker Ich habe gerade angefangen Ja, wie Frau Rethro Ich war bei Retros Du auch? Rethro? Du auch? Ich stehe direkt davor Ich war gerade auf den Weg Wo ist Pfirsich gewesen? Ich war da auf den Weg zu Elektriker Ich bin da bei der Security Sehr gut Ich bin da bei der Ich bin da auf den Weg 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 Musik Oha! In der Cafeteria liegt eine Leiche. Ok. Hat der Killer also ausgenutzt, dass Herr und Frau Retro gerade nicht am Platz? Also wirklich? Ne, Frau Retro hat eben noch mitgespielt auf jeden Fall. Die ist gerade bei der letzten Sabotage, was war denn das hier? Das war Reaktor? Reaktor, danke. Ist hier gerade Richtung Navigation gelaufen. Ja, ok. Also ich habe Sharky in der Cafeteria gesehen. Ja, ich wollte jetzt gerade sagen... Zuletzt habe ich jetzt Pfirsich und Frankie des Öfteren gesehen. Ja, genau. Und Rett war auch mit im Reaktor. Ich denke mal, die drei Kills, die jetzt passiert sind, waren auch auf der rechten Seite überwiegend. Hm. Weil links war viel zu viel los. Ja. Virsich und Nauri, wir haben uns die ganze Zeit links gesehen. Genau. Und Nauri ist auch einmal vorbeigelaufen. Nur Sharky habe ich halt länger nicht gesehen. Wir waren die gleiche Zeit für die Camps. Also Camps war... Das war... Das war ich größten Hörs. Ah, ok. Weil meine Tars sind fertig. Sharky, wo bist du denn so gewesen? Franky, ich glaube wir haben uns auch nur einmal gesehen, ne? Kann das sein? Kann sein, ja. Kann sein. Also wir sind immer vorbeigelaufen. Ansonsten habe ich hauptsächlich Nauri und Nauri jedes Mal gesehen. Geht dem Killer gerne aus. Und hide! Horizon. Hä? Hä? Ich würde dich niemals töten können. Ja Sharky als Imposter ist unvorstellbar. Wo bist du denn gewesen Sharky? Sag mal so deinen Laufweg jetzt so ein bisschen. Oh, mein Laufweg? Um Gottes willen. Ja, was du so gemacht hast. Ähm, ich war zwischendurch oben in Cafeteria. Da war ich mit Nauri. Da hat sie mich hier gesehen. Da hat ich oben links meine Task gemacht. Bin rüber zum Reaktor. Ich weiß aber nicht, ob das der erste oder der zweite war. Mhm. Bin dann wieder nach oben durch. Bin wieder durch die Cafeteria nach unten. Richtung Storage. Da habe ich die Frau Retro nochmal gesehen. Und bin dann rüber in Art Bin rein. Wollte mal auf die Karte gucken. Hm. Da hättest du ja die Leiche sehen müssen. Es ist halt schon ein sehr sasser Laufweg, ne? Weil die Kills auch alle in dem Bereich gewesen sind. Und die Leiche ist dann nicht geflaut. Das ist verständlich. Ich würde dir das ja sonst nicht so wohl nicht sagen. Ich bin ein ehrlicher Mensch. Ja. Das schätzen wir auch sehr an dir. Das danke dir. Warst du's, Sharky? Warst du's? Äh, nein. Sicher? Ja, ganz sicher. Okay. Ich massiere dir auch eine Hälfte dafür. Oha. Ich schwöre darauf. Als Schuldeingeständnis? Ne, nicht als Schuldeingeständnis. Sondern als, äh, als Belohnung. Mhm. Mhm. Wurde schon jemand rausgewordet? Ja, Daniel. Daniel, okay. Ja. Daniel wurde rausgewordet. Genau. Der hat von meinen und Ayanas Augen gelb. Ja, ich bin nicht so rein. Ja, deswegen wurde ich jetzt auch nicht. Weil ich denk einer ist safe raus. Ich bin nicht so rein. Ach, ein bisschen in mir. Du bist. Du bist. Du bist. Musik 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 Der war ganz oben Upper Upper Genau Und ich kann jetzt natürlich sagen, ihr seid mir alle drei entgegen gelaufen Ja Franky habe ich sehr oft gesehen Und Sharky habe ich auch sehr oft in der Runde gesehen Ich war oben Also ich war zuerst im Admin unterwegs, weil ich meine Tasks fertig habe Und habe geschaut Ich habe auch gedacht, ich habe da jemanden Wendt gesehen Auf diesem Tableau Bin dann hingerannt, da habe ich dann keinen dort gesehen Auch keine Leiche Bin dann nochmal in Admin Wurde dann gerade zu Camps Da wurde aber gerade Licht sabotiert Und dann kam mir Sharky entgegen Auch von da oben in der Richtung Und dann sind wir zusammen zu Licht gelaufen Und dort war Franky Wann haben wir denn Nerdies letzt gesehen? Oh, keine Ahnung Weiß das jemand? Ich habe die, glaube ich, einmal an Welche Sharky und Franky gesehen? Bei Reaktor oder so, glaube ich Jetzt auch schon Dinger nicht mehr gesehen Für sich habe ich das letzte Mal gesehen Wo O2 Genau, stimmt Da bin ich noch in Admin rein Da hatte sie aber dann gerade dort fertig gemacht Und dann wollten wir noch zusammen zu O2 laufen Genau, nach O2 habe ich jetzt Sharky und Franky auch gesehen Du hast doch die Auftanktask, ne Sharky? Ja Wie oft hast du aufgetankt? Einmal bis jetzt Okay, musst du nochmal? Das fehlt noch ein zweites Mal, ja Das ist die letzte sogar, die mir noch fehlt Haben die Geister alle ihre Tasks erledigt? Ich bin mir total unsicher Ich weiß nicht Ja, ich kann es jetzt echt nicht sagen Ich habe euch alle drei jetzt gesehen Ich kann es echt nicht sagen Ja gut, in dem Moment jetzt gerade Kommst du von oben und siehst uns alle drei Das ist ja dann ein Self-Report Ja In dem Moment Und das war auch nicht der erste Report von dir, ne? Du hast eben schon mal einen Report Nee, ich habe an der Cafeteria Ach ja, da haben wir ja Sharky Ach ja, und plötzlich kam auch von da oben, oder? Und als sie uns gesehen hat Ist sie nochmal hochgelaufen Und dann kam der Report, oder? Also falls wir das überleben sollten jetzt Oder wir skippen Ich weiß nicht, wie man beim Electrical Da diese Frequenz da einstellt Da habe ich extrem Probleme Ich weiß nicht, wie man das macht Also jetzt haben wir noch die Möglichkeit Darüber zu reden Weil das ist ein Task, den ich noch machen müsste Und ja An dem könnte es dann tatsächlich scheitern Meinst du die Drehscheiben, oder? Genau, genau Die musst du im richtigen Moment Wenn der Balken auf einer Linie ist, dann drücken Okay Aber nicht gedrückt halten, sondern nur drücken Nee, einmal klicken Genau dann, wenn der den berührt Dann klicken Okay, alles klar Dann klicken Dann klicken Musik 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 Ich hab dich zu lange leben lassen Ich hab Fanchi so lange Der ist mir so am Arsch klebt Egal wo ich hinkam Irgendwo hat er immer geguckt Ich wusste eigentlich die ganze Zeit Aber ich hab dich zu lange leben lassen Ich wollte mich gerade entschuldigen Dass ich dich alleingelassen hab Das war alles gut Alter Der Nerdy Kill Du hattest so Glück Dass Nori umgedreht ist Ja ist so Mein Herz in dem Moment Ich war aber auch selber schuld Ich wusste dass es Sharky ist Und ich denk so Ich warte jetzt mal und guck was er macht Er wusste es eigentlich Was soll er machen ey Was soll er machen Was ist Sharky Was ist Äh Nein Sicher Ja ganz sicher Musik 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 Musik